malzeit meine lieben so wir haben mal die gunst der stunde genutzt und uns der wieger aktion bei der polizei angeschlossen meistens haben wir es immer verpasst und dann waren wir auch eher traurig weil wir es erst immer hinterher mitbekommen haben und ja und haben den ich glaube den instagram kanal und bei facebook haben wir mal den die ganzen kanäle unserer kreispolizeibehörde hier abonniert und verfolgt und dann war es jetzt soweit vor einer woche letzte woche ziemlich genau hat die kreispolizeibehörde wieder zu anstehenden herbstferien das angebot gemacht man könne mit seinem fahrzeug kostenfrei und straffrei mal über die waage fahren und dann könnte man sich ja mal unterhalten jetzt haben wir ja unser fahrzeug seit 2022 oder elton seit ende 22 und ich war mir prinzipiell immer sicher wir sind komplett darüber allein schon von dem was man immer so hört und liest und wir haben neues fahrzeug und haben gerade mal auf der waage gestanden und wir haben noch gar nichts drin und wir sind jetzt schon bei 2300 kilo ja so habe ich mir das ungefähr auch gedacht weil ich mir gedacht habe sieben meter 41 können nicht unter 2000 kilo wie geht einfach nicht unter 3000 sorry in dem fahrzeug stein scheint steht 2960 und dann kommen ja nur anbauteile wir haben jetzt eigentlich auch nur die markise wir haben kein hubbett und die überraschung war groß sagen wir es mal so wir sind relativ reisefertig über die waage gefahren beziehungsweise ich habe das wohnmobil einfach mal so gepackt als wenn wir ungefähr reisefertig werden der kühlschrank war gut gefüllt mit mir zusätzlich hatte ich noch irgendwie 23 paletten im kofferraum so dass man auch einen vollen kühlschrank hätte simulieren können sollen wir hatten einen wassertank mit 20 liter also diese fahrwasser geschichte dass man unterwegs mal die toilette benutzen könnte diesel war komplett voll die beiden gasflaschen waren auch voll jetzt haben wir aber alugasflaschen das muss man dazu sagen ja ansonsten fahrräder waren hinten drin die der hundeanhänger die stühle tische werden wir einen großen einen kleinen dann die höckerchen und einen man halt so immer mit sich führt war halt alles drin und dann sind wir auch mit beiden hunden und meiner frau und mir darüber gefahren ich habe gesagt wir kratzen die vier tonnen mal ganz geschmeidig an habe mich auch schon mit dem gedanken abgefunden dass wir schwer auflasten müssen ja was soll ich sagen ich war mehr als mehr als überrascht also man kriegt hier so ein kleines kärtchen ist vorne noch ein bisschen werbung drauf von der polizei jetzt halte ich das mal zu versuch mal zu zu halten und dann steht hier so meine kilos und jetzt guckt mal bitte was da steht ich halb versuch mal ruhig zu halten 3550 kilo auf der heck achse sind wir genau bei 2000 kilo also die ist auch komplett ausgelastet und vorne haben wir 1550 kilo jetzt hätten wir da natürlich nur luft aber was willst du von vorne nach hinten packen also wir könnten vorne tatsächlich 1850 kilo drauf tun wir haben da ja die federn drin dass wir auch ganz ohne schmerzen irgendwie auf 3850 kilo auflasten könnten und ja mit 3550 bin ich jetzt ja geht in ordnung kauft man halt getränke und sonst hat man vor ort ist aber nein eigentlich wollen wir die heckgarage kleiner kriegen oder lehrer kriegen nicht kleiner kleiner mehr schlecht lehrer wir möchten die fahrräder ganz gerne hinten auf den heckträger aber nicht der am fahrzeug also an der rückwand befestigt ist sondern von unten am fahrgestell so da kommen wir dann noch 60 kilo dann dazu die ja also wir kommen ums auflasten nicht drum herum und ist einfach so nur natürlich jetzt in einem ganz anderen maß als es vorher vielleicht gedacht haben ja da wir sind dann auch jetzt quasi erstmal durch glaube ich jetzt kommen das wochenende steht noch eine lustige veranstaltung mit ein paar netten jungen herren an ja da geht es eher darum ein bisschen freudig beisammen zu sein aber allerdings nur männer ohne die frauen mal gucken was am ende da warum kommt und dann fahre ich nach hause und sammeln meine frau wieder ein und dann gucken wir mal wo wir ihn fahren jetzt fahren wir etwas entspannter also zumindest meine frau muss ich nicht ständig anhören wir haben keinen platz mehr und werden kann also doch platz haben wir nicht mehr aber wir haben keine luft mehr ja gucken wir mal ne ich hoffe das hat vielleicht jedem so ein bisschen die angst vor der polizei und der waage genommen also das erlebnis bei der polizei war total cool also die waren auch sehr entspannt und ja ich habe es deutlich schlimmer erwartet also nur vom gewicht her nur vom gewicht nicht von der polizei also ich habe keine angst vor der polizei deswegen wer es noch nicht gemacht hat oder wer nicht weiß was sein fahrzeug liegt einfach mal machen denn am ende wäre schon besser wenn man weiß was kann man was darf man was hat man noch an luft oder eben auch nicht denn wenn man schwer überladen ist dann könnte es auch irgendwann mal doof werden mit bremsen und wenn dann die versicherung und sagt ja moment mal das konnte der ja gar nicht dann haben wir ein problem alle beteiligten irgendwie und das wollen wir nicht mehr so in diesem sinne macht euch ein horridor